Hallo zusammen, ich bin Marcel und das ist Benny. Wir sind Küche im ersten und zweiten Lehrjahr hier in Mappisberg. Am liebsten bin ich in der Dessertküche. Dort kann ich meine Kreativität frei fliessen lassen. Als Dessert habe ich einen Aranimo ausgefüllten Schwalm gemacht. Zum Schluss richte ich es auf einer Sauce mit Früchten an. Den Koch finde ich vielseitig und kreativ. Zum Beispiel braten, seiden und backen. Ich finde den Beruf cool, wie man sich viel bewegen kann. Hier sieht man, wenn ich verschiedene Schnittarten zubereite, die man dann weiterverarbeiten kann in verschiedensten Gerichten. Zum Koch gehört auch die Ware aneinander zu. Dort kontrolliere ich, ob alles vorhanden und auch im richtigen Zustand ist. Bei uns im Mappisberg bekommt man sehr gute Unterstützung während der Lehre. Bei schulischen Problemen bekommt man sogar intern Unterstützung in Form von Lernförderung. Es wird einem auch Zeit gelassen, damit man die einzelnen Tätigkeiten richtig erlernen kann. Es wird sogar Rücksicht genommen auf einzelne Bedürfnisse der Lernenden. Hygiene ist bei uns im Job sehr wichtig. Man wascht sich sehr oft die Hände, damit keine Bakterien ins Essen kommen. Ich hoffe es hat euch gefallen, was wir euch hier gezeigt haben. Wir erwarten eure Bewerbung hier bei uns im Mappisberg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.